We should tell them the truth. So, ich... Wollte dir nicht auch noch was sagen? Wolltest du was sagen? Das war deine Idee, du und ich... The council will decide your fate now. I vote against. Ich find's gut, dass wir eine Abbruchrate von 100% nach den ersten 10 Sekunden haben werden und deswegen nochmal von vorne anfangen. The council will decide your fate now. Hi! Na, sorry. Danke. Nö, jetzt nicht mehr. Ach, fuck. Wir sind gestern Abend durch das komplette Multiversum des Marvel-Kosmos durchgeboxt worden. Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig. Also, wir waren freiwillig da. Das, was wir gesehen haben, die Leute, die da waren, waren da teilweise nicht freiwillig. Es war fantastisch. So viel kann ich von mir aus jetzt schon mal sagen. Das ist auch nie hier zur Debatte stehend großartig bei diesen Videos eigentlich bei Nerd Factory, ob es scheiße war oder so. Obwohl, bei Morbius... Wenn... Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir sagen es jetzt direkt von vorne weg, bevor wir uns vorstellen, guckt den Film. Wir reden hier über Spoiler. Ihr werdet extrem für den Film gespoilt. Also, guckt den Film vorher, bevor ihr dieses Video schaut. Lasst einfach kurz ein Abo da, ein Like, schreibt in die Kommentare. Oh Mensch, das ist ja richtig krass hier mit dem Multiversum. Wie das auch mit der... Ne? Und die Kristalle, die Sterne. Ich mag das kostenlose Essen. Und hier die rote, die eine. Ich mag das kostenlose Essen. Äh... Und dann kommt der einfach später wieder. So, jetzt... Hallo, herzlich willkommen. Das ist Dominique. Das ist Jimmy. Ich bin Luke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Plus auf Nerd Factory. Und heute reden wir über, und dann machen wir eine Filmbesprechung zu, Multiverse of Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich weiß auch nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht am Anfang. Der Anfang, wo wir dachten... Also, literally, wir haben vorher sehr viel darüber offensichtlich geredet über den Film. Und, ähm, als wir quasi zum ersten Mal den Zopf Strange sehen, der da mit Amerika rumläuft, haben wir alle gesagt, Hä? Das ist der Anfang? Wir dachten die ganze Zeit, dass wir das Ende oder die Mitte des Films... Ja, halt irgendwie, dass man auch... Also, ich bin davon ausgegangen, dass wir Defender Strange auch einfach irgendwo so halt sehen. Und dann macht er Dinge und redet irgendwie. Und es hat so ein bisschen Charakter-Introduction. Aber wir sehen ihn und er stirbt. Ich hatte safe den, äh... Ich war mir so sicher, dass Defender Strange der ist, der zu den Illuminati gehört. Ja. Und ich dachte, dass der andere, der glatt rasierte, dass der quasi einfach nur irgendein Zwischenuniversum ist, was so super faschistisch ist und er das regiert. Genau. Und das ist einfach nur so ein Zeichen für Strange, um zu sehen, ah, du solltest vielleicht nicht immer versuchen, alles zu kontrollieren, weil das kann irgendwann richtig in eine Richtung gehen, wo du einfach nur ein Diktator wirst. Mhm. Ich dachte, das geht in die Richtung. Mhm. Und dann kommt der Typ einfach und wird einfach doppelt aufgespießt von dem komischen... Toilettenpapiermonster. Toilettenpapiermonster. Von dem Dämon. Ja. Slash Wanda. Ja. Genau. Weil das ist auch was, wo wir ja nicht von ausgegangen sind, dass Wanda... Nicht mehr. Nicht mehr? Wir sind nicht mehr davon ausgegangen, dass Wanda die Böse von Anfang an ist. Ja, genau. Aber wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass sie halt von Sekunde eins an einfach der Bad Guy ist. Ja, das hab ich doch gerade gesagt. Du hast gesagt, nicht mehr. Ihr beiden habt das vorher davon ausgegangen. Wir sind nicht mehr davon... Ja, wir sind vorher davon ausgegangen. Vor WandaVision haben wir die ganze Zeit immer gedacht, dass Wanda die Böse in Doctor Strange ist. Ja. Und ganz klar die Antagonistin sein muss. Und dann kam WandaVision und hatte quasi ein positives Ende. Und deswegen hab ich und Dominique gedacht, dass sie jetzt wahrscheinlich dann auf dem Weg ihren Verstand verliert. Mhm. Und wirklich zu der Mad Scarlet Witch, die wir aus den Comics kennen wird. Und wir dann später erst in diese Reihenfolge kommen, wo wir dann sowas wie House of M und diesen kompletten Mindmeld bei ihr sehen. Mhm. Und da möchte ich gleich nochmal ein paar Sachen vorschlagen, weil mir ist nämlich noch ein bisschen was aufgefallen. Was wolltest du sagen dazu? Ich war nur empört, dass du gesagt hast, wir, aber eigentlich nur dich und Dominique meinte. Dir muss man auch das Credit geben. Du hast quasi von dem ersten Trailer an relativ, bis auf Kleinigkeiten, relativ gut und genau einschätzen können, was es ist. Also irgendwie, wie die ganze Sache laufen wird. Und wie die Reihenfolge auch. Wie die Reihenfolge ist. Also ich fand, um jetzt mal so ganz grob nur über den kompletten Film zu reden, bevor wir jetzt zu einzelnen Szenen kommen. Weil ich würde gerne einmal den kompletten Film sagen, wie das Gefühl von dem kompletten Film als Ganzes war. Mhm. Und dann einmal über unsere Lieblingsszenen und sowas. Oh ja. Und ich finde, und da haben wir gestern schon kurz drüber geredet, ich finde es richtig krass, wenn mir das früher nie so, oder bei anderen Marvel-Filmen nie so aufgefallen ist, wie groß man den Unterschied merkt, wenn das jemand macht, der einen ganz bestimmten Stil hat, den man kennt. Ja. Und das Ding ist, man kann jetzt solche argumentieren, dass Ant-Man einen gewissen Stil hat, wie der Film gemacht ist und der sehr ähnlich ist zu den Sachen, die der ursprüngliche Regisseur vom ersten Ant-Man gemacht hat und so. Aber das wurde dann ein bisschen verwässert durch eben den Wechsel. Und theoretisch kann man das auch bei so etwas wie Chloe Zhao, die Eternals gemacht hat, sagen, dass ihre Filme vorher auch ähnlich strukturiert waren und sowas. Aber ich finde, mir ist es persönlich nie so groß aufgefallen, weil ich nie diesen direkten Vergleich habe, auch im selben Universum mehr oder weniger, im selben Bereich, so Comic-Superhelden. Also es gab schon so hier und da so Sachen, wo ich so irgendwie, wo ich auch ganz klar sage, boah, ich freue mich mega auf den nächsten Film von Taika Waititi, weil die halt schon so ihren eigenen Stil haben. Ja. Aber keiner, finde ich, also das soll gar nicht abwertend oder so gemeint sein, weil ich alle Marvel-Filme offensichtlich mag und liebe, aber ich finde, keiner von den Regisseuren bisher hat so sehr herausgestochen in seiner Art wie Sam Raimi mit Multiverse of Madness. True. An so vielen Stellen, also sei es die Bilder, die wir gesehen haben, die Elemente, die er benutzt hat oder auch, was ein ganz wichtiger Punkt war, die musikalische Untermalung. Ja, ich will mehr Sam Raimi-Filme im MCU sehen. Ja, aber bitte auch nur in dieser Art und mit Charakteren, wo es auch wirklich funktioniert. Ja. Wanner ist halt ein Charakter, wo es funktioniert. Ja. Also er könnte jetzt, glaube ich eher, weiß ich nicht, ob er jetzt einen guten Iron-Hard-Film machen könnte. Nein, nein, nein. Also ich glaube, er könnte einen guten Iron-Hard-Film machen, aber es würde ihm nicht so zuspielen für die Filme, wie es halt, also wie jetzt Multiverse of Madness, wie du gesagt hast. Es passt halt. Es passt gut. Die Charaktere bieten das halt an, so einen Film da mitzumachen. Einfach so dieses typisch Theatralische, was er hat. I love it. Das hat da so gut gepasst. Das war insane. Also wirklich, hat mich tatsächlich von Sekunde eins richtig gecatcht. Das war gut. So eine Szene, die, also immer abgesehen davon, dass der Film unfassbar brutal ist. Ja. Also das natürlich, aber auch so Sachen wie, da haben wir gestern ja schon drüber geredet, wo sie in Kammeltage aus dieser Platte rauskommt und sich dann erst so, aus dem Gong, genau. Und wo sie sich dann erst so, wie so ein Exorzist. Das ist so geil. Du hast halt Elemente von Sachen, die du von ihm kennst. Ich finde, ich finde gerade da, wo du auch Taika Waititi eben gesagt hast, das ist halt so, du hast halt so, bei Taika Waititi hast du halt Elemente, die dich an seinen Stil erinnern. Wo du halt merkst, ah ja, in einem anderen Film, den er gemacht hat, hat der auch so einen Impro-Comedy-Part. Ja. Aber dann hast du noch ganz viel Rest, den ganzen anderen Kram noch. Ja. Und bei Sam Raimi hatte ich, also jetzt bei dem Film hatte ich wirklich konstant, allein die Kamerafahrten, dass so oft dieser Dutch-Angle benutzt wurde, die Art und Weise die musikalische Untermalung war, dass da auch einfach nicht sie einfach nur gesagt haben, hey, Danny Elfman, hier ist ein klassisches Orchester, damit darfst du Sachen machen, alles andere nicht. Sondern, dass sie wirklich gesagt haben, hey, hier ist eine E-Gitarre drin, die halt einfach auf Wanda zoomt und du hörst einfach eine E-Gitarre, statt halt irgendwie ein großes, keine Ahnung, Cello oder irgendwas. Also ich finde das sehr cool, dass es halt so ganz klar den Vibe hat, wie die ersten drei Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire, aber den, die trotzdem die Moderne, das moderne MCU hat und nicht die schauspielerische Leistung so theatralisch ist. Ja. Wobei ich übrigens auch noch sagen muss, ganz großes Lob, auch wenn das nicht ankommt, aber ganz großes Lob an Sochi Gomez, die America Chavez spielt, ich glaube, die ist 15. Wow, was? Ja, die ist glaube ich 15 oder 16 oder so. Wow, krass. Und wie gut sie diese Rolle spielt von der ersten Sekunde an und wie gut auch du das einfach, also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, das zu vergleichen, aber die Schauspieler von den Kindern von Wanda, die sind echt scheiße. Also du merkst, dass die Schauspieler, du merkst, dass ihnen gesagt wird, schrei mal aus Angst. Und dann steht die da, nein, bitte nicht, nein, aber die sind ja noch ein ganzes Stück jünger, aber ja, also ich finde das wirklich cool, wie ihre Rolle auch da eingewoben wurde und wie die Antagonisten im Grunde wirklich eigentlich nur Wanda ist. Ja. So. Und dann eben so ein Arc hat, wo sie am Ende dann halt sagt, oh, ja, ich war manic. Mhm. Und jetzt muss ich... I would never hurt you. I would never hurt anyone. Und dann so dieses, oh man, ich habe richtig vielen Leuten wehgetan, also die sind halt tot. Ja. Und das ist sehr, es ist sehr, es ist sehr an den Comics, das hatte ich da auch schon gesagt. Das ist halt so in den Comics ist auch so das Wanda, mal gut, mal böse, mal gut, mal böse, mal gut, mal böse. Mhm. Und nie wirklich böse, böse, sondern eher so, also mal abgesehen davon, dass sie irgendwie in der, wie, wie, Army of Evil, oder wie heißt das, Brotherhood of Evil. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen Red Flag. Ja, ja, ja. Aber ansonsten... Sie ist halt immer, sie hat halt immer dieses, ich mache jetzt diese Sachen, die scheiße sind, weil... Ja. Ja, genau. Also es sind halt so, es sind halt, also gerade jetzt zum Beispiel auch in Multiverse of Madness, es ist halt schon so, dass man halt da sitzt irgendwie und halt so sieht, okay, Wanda ist ganz klar hier der Gegner und Wanda ist das, ist die Gefahr fürs Multiverse und nicht strange, wie es die Illuminati ja die ganze Zeit sagen und er ist so, Jesus Christ, I wanna help you! Aber Leute, wir sind im selben Boden. Und dann ist Wanda da und sie will Amerika irgendwie umbringen, um ihre Kräfte halt zu bekommen. Und sie kickt Wong von der Klippe und sie tötet ganz viele Leute in Kamal-Tage. Und das ist so schon dieses Ding, dass man sich denkt, ja, sie ist der Bösewicht, aber es ist so ein tragischer Bösewicht. So, das habe ich ja gestern auch schon gesagt, direkt nach dem Film. Bei Thanos war das halt so, du hast im Ansatz seine, seine guten Absichten gesehen. Und du hast seine, seine, seine Logik nachvollziehen können, auch wenn sie für dich außenstehend nicht logisch ist. Genau, genau. Es ist nicht, es ist nicht wirklich eine gute Absicht, Leute auszulöschen. Genau. Aber du hast, man konnte so ein bisschen sehen, gerade durch Eternals dann auch nochmal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er vielleicht sogar wusste, dass in verschiedenen Planeten... Das fände ich sehr spannend, ja. Ich denke auch darauf würde es hinauslaufen, weil du hast ja Starfox jetzt auch, der, der Bruder von Thanos auch hier ist und sowas. Und er ist ein Eternal, er ist von Titan und ich schätze, es wird darauf hinauslaufen, dass Starfox diesen selben Kram durchgemacht hat. Ja. So, da haben wir damals schon drüber geredet. Und jetzt bei Wanda ist es halt so, es ist so ein bisschen was anderes, weil es halt nicht fürs Greater Good ist. Genau. Es ist halt so, es ist halt komplett selbstsüchtig. Es ist eine super persönliche Sache. Ja. Es ist halt komplett selbstsüchtig, aber du verstehst halt ihre Geschichte. Und vor allem, weil dann auch nochmal so erwähnt wird, sie hat halt... Ich mag das auch, dass sie Sachen nicht direkt ansprechen, aber du sie aus dem Subtext super mitbekommst. Ja. So, dass halt sie zum Beispiel Strange sagt, dass sie halt Visions Kopf zerstören musste. Ja. Und so zwei Sekunden vorher sagt, du hast ja Thanos den Zeitstein gegeben. Und dann quasi implied, ich musste Visions Kopf zerschmettern, weil du Thanos den Zeitstein so früh gegeben hast, sonst hätte ich das nicht machen müssen. Wenn wir 20 Minuten länger gehabt hätten, hätte Shuri das Ding da raus operiert gehabt. Ja. So, das ist halt so dieser Punkt. Aber nicht nur das Warten auf diesen Film hat mich ein wenig verrückt gemacht. Ich habe auf einmal richtig Bock auf Eistee. Kennt ihr das? Euch geht es genauso. Ich bin zwar kein Doktor, aber strange ist das hier alles schon. Lizzie, bist du das? Wow! Du hast dich seit unserem letzten Treffen ja wirklich krass verändert. Gut siehst du aus. Aber wenn du da bist, dann heißt das ja... Icedee Peach ist back in der 2.0 Formel für noch besseren Geschmack. Und das ohne Taurin oder andere Zusatzstoffe. 8 Gramm Pulver in den Shaker, 500 Milliliter Wasser dazu, gut durchschütteln und fertig. Wenn du Icedee Peach noch nie probiert hast, dann schlag jetzt zu. Mit dem Starterpack inklusive Shaker für 39,99 kannst du fix nichts falsch machen. Wirst es nicht bereuen. Der Geschmack ist top und da sind auch noch ganz viele Vitamine drin. Das gibt es aber auch in diesen Bundles mit Milkshakes, Sleep & Recovery oder mit anderen 2.0 Boostern. Checkt doch mal das ganze Sortiment jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar ab. Außerdem, ihr wisst es bestimmt schon, 15% Rabatt mit dem Code NERD. Außer auf die Probierpakete. Und jetzt zurück ins Multiverse of Madness. Ich würde ansonsten mal ganz kurz da mit rein droppen, was so ich glaube mit meine Lieblingsszenen waren. Also der gesamte Film ist unfassbar großartig. Emotional kickt er jetzt bei mir noch nicht No Way Home vom Thron. Das stimmt. Das ist aktuell immer noch, glaube ich, auch mein Favourite MCU-Film. Aber direkt danach von Multiverse of Madness. Ohne Frage. Ah. Weil er so besonders ist, finde ich, in der gesamten Reihe. Und so, ich glaube mit meine Lieblingsszenen waren so Sachen wie, wir sehen Wanda mit ihren Kindern. Und dann wird unsere Wanda aber wach. Ja. Und es ist totenstill. Ich liebe es. Und das ist auch so ein Punkt eben von diesen typischen Sam Raimi Sachen, die halt mit da drin waren. Wirklich diese absolute Stille. Fand ich großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte den kurzen Moment, in dem Charles Xavier in ihrem Kopf war. Und alles weiß war und er durch die Tür geht und versucht, die Wanda, die gerade possessed wird, da rauszuholen. Hast du eine Referenz auf den größeren House of Emma? Also nicht House of Emma als Comic-Arc, aber auf die größere Story drum herum? Ja, nicht nur das, sondern auch sein Outfit. Sein Outfit ist einfach eins zu eins sein Comic-Outfit. Dieser Rollkragen in schwarz. Jedes Mal fehlt nur noch dieser Mantel, der da drüber ist. Und auch in den... Ich weiß nicht, ob das House of Emma oder das kurz vor House of Emma ist, ist es auch so, dass er, wenn er in ihrem Kopf ist, läuft und keiner. Ja, genau. Richtig. Auch die Geschichte, dass Strange zu ihr hingeht in diesen Obstgarten und das alles Fake ist, ist eine Parallele zu dem Punkt, dass es direkt vor House of Emma, kurz bevor sie diesen Mindmeld hat und quasi das Universum verändert für alle in House of Emma, in einem Comic-Story-Akt, geht Strange und die anderen Superhelden. Also das ist noch ein Stück weit da vorne. Es gibt das eine, wo sie sich quasi einbildet, dass sie gerade ihre Kinder geboren hat und alle Ventures drum herum stehen und alle sagen, ah cool, die Kinder, voll schön. Ja. Und Vision steht da und dann kommt Charles rein und sagt, das ist alles Fake, hör auf damit, lass das. Ja. Und dann werden die alle zu Dämonen und alles explodiert und dann sind sie in der zerstörten Genosha. Ist das nicht der Tür? Ich glaube, das ist einfach nur durch einen Riss in der Wand und dahinter ist alles weiß. Ich dachte, das kommt durch den Tisch. Also ich glaube, er fährt so rein, glaube ich, tatsächlich. Ja. Das mit dem Riss in der Wand ist am Ende von House of M, wo sie dann alles wieder umkehrt. Das ist dann, da kommt Strange in ihre kleine Extrawelt, wo sie nochmal sowas hat. Weil sie kann ja in der House of M-Story-Akt kann sie nirgendwo gefunden werden. Ja. Und sie ist die kräftelose Tochter von Marcus. Ja, stimmt. Und sie kann nirgendwo aufgefunden werden. Und am Ende der Storyline kommt dann Doctor Strange, der sein Gedächtnis wieder gekriegt hat und macht dann einen Zauber und geht dann durch eine Wand in diese kubische Welt. Ja. Und da liegt sie dann wieder im Bett, auch wieder mit ihren beiden Kindern. Und sagt, ja, meine Kinder, nö, nö, nö. Und dann sagt der Wanda, das ist alles fake, das ist alles nicht echt. Und deine Kinder sind nicht echt. Und das ist auch eine Parallele eben dazu. Aber vorher, bevor das alles passiert in House of M, gibt es den Comic-Art, wo sie ein Haus hat, in dem sie zusammen mit Vision und den Kindern und Agatha Harkness an einem Tisch sitzt und isst. Mhm. Und die ganzen Avengers stehen alle davor und sagen halt so, ja, irgendwer muss reingehen mit dir reden, das kann nicht so weitergehen. Und du weißt nicht so genau, was sie meinen. Mhm. Und dann gehen sie rein und dann sagt Strange ihr halt so, hey, das kann nicht so weitergehen, du musst damit aufhören. Ja. Und das ist exakt das quasi wie in dem Obstgarten, nur dass sie halt nicht in einem Haus sitzt mit den Kindern, sondern dass sie halt im Obstgarten ist und alles ist schöne Welt, heile Welt. Und dann löst sich alles auf und in diesem Punkt ist das Haus, in dem sie ist, nämlich auch eine Ruine voller Rubble. Ja. Und dann kommen sie raus und dann rastet sie aus und kriegt den kompletten Knacks. Ähm, dritte Lieblingsszene von mir, glaube ich, würde ich sagen, waren so jetzt meine Top 3 Szenen, die beiden, die ich gesagt hatte. Und, äh, und da bin ich gespannt, weil da habe ich schon hier und da Sachen gelesen, wo es den Leuten, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu viel wurde oder so, I don't know. Aber ich habe den Kampf zwischen Strange und dem Sinister Strange, der Dude, der in dieser komplett kollidierten Welt existiert, der nur Christine will und deswegen halt überall hingeht und als ein anderer Strange von Häuserdächern springt. Mhm. Ähm, ich fand es so unfassbar gut umgesetzt. Ja. Ich fand es einen sehr kreativen Ansatz, da die Musik nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit einzubringen. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Leute das ein bisschen drüber fanden, dass sie dann mit den Roten gegeneinander kämpfen. Aber ich fand's, ich fand's einen sehr cool, coolen Stil. Es ist mal was anderes. Äh, und ich weiß nicht, ein paar von euch haben es vielleicht auch schon mal auf TikTok gesehen. Es gibt so einen Dude, der gerade ein Spiel entwickelt, was genau so aussieht und was genau diese Mechanik halt benutzt, wo halt der Hauptcharakter, ähm, auch, also es ist halt mit Instrumenten unterlegt. Und die Angriffe sind halt Musik und die Gegenangriffe sind halt in tieferen Tönen eben eine andere Melodie, Symphonie, wie auch immer. Äh, und ich bin mir sehr sicher, dass sie da die Inspiration... Ich glaub tatsächlich, dass der, der, äh, der Held ist in Major und der, äh, Find ist in Minor. Ja, das ergibt sich. Dass du quasi so diese Moodschirm hast und das eine ist halt vergiftet und was anderes. Genau, genau. Das ist wirklich, wirklich cool. Also wirklich, äh, äh, der Typ, super, ich freu mich, wenn du dieses Spiel irgendwann wirklich irgendwie mal in Steam, Greenlight oder irgendwas landet, weil das sieht auch cool aus. Und die Szene war wirklich, wirklich nice. Ja, aber das ist nicht nur das Einzige, was, äh, was ich geil fand. Ich fand generell die ganze Zeit über den Film, dass man auch andere Seiten von Stranges Kräften gesehen hat. Mhm. Großartig. Diese großen Hände, die diese Laterne nehmen. Ja, stimmt. Das grüne Feuer, ja. Das grüne Feuer, ja. Und auch, ähm, wo sie dann zusammen mit den Ketten versuchen, dieses Dendage-Monster festzuhalten. Das ist ja ein bisschen mehr war jetzt auch, dass das Eye of Agamotto tatsächlich einfach noch ein Artefakt ist, was einen Effekt hat. So, äh, das ist ja in den Comics ist es so, dass da nicht der Timestone drin ist, sondern dass, äh, das halt einfach ein magisches Artefakt ist, was halt super, super, äh, viel stärker hat und deswegen der Sorcerer Supreme das eigentlich trägt. Ja. Hier ist es offensichtlich so, dass er, äh, dass Wanda gesagt hat, naja, jetzt wo der Stein nicht mehr drin ist, brauche ich das nicht. Mhm. Kannst du behalten. Kannst du haben. Ähm. Ich finde, äh, also, weil wir jetzt noch gar nicht drüber reden, die Illuminati. Wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist so gut und ich finde es übrigens sehr gut, ich hab das von vornherein gesagt, dass ich mir wünsche, dass die Illuminati in zehn Minuten einfach alle umgebracht werden von, von, äh, Wanda, weil das halt den, den Effekt auch zeigt, wie stark sie eigentlich ist. Ja. Ähm. Ich will nicht sagen, dass John Krasinski das macht, weil sonst wissen alle, dass er ihn spielt und wir wollen das noch nicht so früh rausheben, äh, weil der Film ist ja schon seit zwei Jahren oder so angekündigt. Ja. Ähm. Und deswegen war das natürlich ein Moment, wo alle gejubelt haben bei uns im Kino wieder. Mhm. Das kann man auch wieder erfolgen. Wir hatten großen Jubel im Kino. Ja, toll auch jetzt. Wir hatten sogar im Vorraum vom, äh, Kino hatten wir eine lustige Begegnung mit, äh, einer Gruppe von Fans. Ja, das war sehr schön. Die sehr, sehr happy waren, uns zu sehen. Mhm. Und ein Foto gemacht habe ich also auf Instagram gepostet, äh, Shoutout an euch nochmal, ihr habt mir ja geschrieben, ihr guckt die Videos immer alle zusammen, ne? Also, das war sehr, das war sehr, das hat mich sehr glücklich gemacht, schon vorher, das hat schon die Stimmung direkt gehoben. Ja, ja, ja. Ähm, und, ja, aber bei den Illuminati, äh, bei ihm ist es halt super wichtig, weil er wird in dem Fantastic Four-Film Mr. Fantastic spielen. Ja. Vermutlich in einem anderen Suit, ich fand den Suit sehr cool. Ja, der, ja, ja, ja. Ich fand auch, dass die Gummikräfte von ihm sehr gut aussahen. Es sah gut aus. Ja. Ich hatte immer Schiss, ich hatte immer, das haben wir ganz oft, haben wir darüber geredet, wenn Mr. Fantastic eingebaut wird, es ist so ein schmaler Grad, dass der, wie, also das ist halt so, die ersten Fantastic Four-Filme, die zwei, das ist furchtbar lächerlich, wie seine Kräfte aussehen. Ja. Ja. Aber es ist im Kontext dieses Universums okay und es funktioniert. so genau wie Finger halt einfach offensichtlich aus Schaumstoff ist. Ich liebe die so doll, die sind so gut. Es ist halt, es ist halt wirklich, äh, da passt es halt rein und da fand ich jetzt, dass sie es halt nur, du siehst, wie er halt von oben durch ein Portal runterschluckt, was halt den modernen Reed Richards auch sehr gut darstellt und sowas. Ähm, und Black Bolt hat mich extrem überrascht. Ja. I called it. Du hast es gecallt. I knew it. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich glaube nicht, dass Black Bolt drin ist, weil Inhumans die ganze Zeit, äh, 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 ignoriert wird. Und ne, sie haben ihn mit eingebaut. Ja. Sogar in dem Kostüm, was auch sehr, sehr nah an, uuuh, das sieht schon eher aus wie eine Parodie auf was und das hat sowas von The Tick. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, fand ich großartig. Und dann hast du, äh, natürlich Xavier, der einfährt mit dem Song aus der 97er X-Men-Serie. In diesem Rollstuhl. In dem Rollstuhl von da. Was ich so cool fand. Ja. Ähm, Captain Carter. Ja. Mit Jetpack. Ah, so cool, so cool. Ich, ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass wir sie auf jeden Fall auch nochmal in Live-Action sehen werden. Ja, ja. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und da freue ich mich drauf. Also wir haben ja jetzt auch auf jeden Fall mitbekommen, dass es sehr viel mehr Multiverse-Kram geben wird. Ja. Ähm, die Geschichte ist ja jetzt noch nicht vorbei. Äh, ja, das I can do this all day war fantastisch. Ja, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut davon. Und das, vor allem dieses, I can do this all day. Das ist halt, ich, ich finde das, also, das muss man nochmal sagen, ähm, und ich hab auch schon gesagt, ich muss da auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen. Keiner von diesen Illuminati kam, kam aus anderen Universen. Ja. Die kommen alle aus diesem einen Universum. Ja, genau. Ähm, und die kommen alle aus diesem Universum. Ja. 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 Und da wäre das dann einfach nur sinnvoll, dass er einfach gestorben ist im Civil War. Ja. Was er ja in den Comics auch tut. So, ja. Aber ich meine, es würde erklären, warum es Alton Drohnen gibt. Wobei die Alton Drohnen in dem Universum auch von Hank Pym kommen könnten. Ja, stimmt. Das hatten wir auch gelernt. Wie es in den, wie es in den, wie es in den, wie es in den, wie es in den Comics ist. Ähm, was ich. Muss. Muss es nicht. Okay, das ist ein Einfall, der mir jetzt gerade kommt. Ähm, vielleicht wirst du das direkt widerlegen können. Muss es nicht theoretisch einen Tony Stark gegeben haben, der aber höchstwahrscheinlich dann gestorben ist, weil Tony Starks Tod ein Fixed Point in Time ist. Ist es nicht? Fixed Point in Time beziehen sich nur auf die Universen, in denen sie stattfinden. Ja. Nicht auf andere. Okay. Okay, okay, okay. Der Fixed Point in Time mit Christina Palmer war ja der, dass sie stirbt. Ja. Aber das ist ja in unserem Universum oder die anderen nicht. Ach ja, stimmt. Okay, dann habe ich das auch nicht. Gut. Aber der, der, ich finde das halt sehr cool, weil das unterstreicht halt nochmal, wie wichtig auch die Message ist, die wir in What If immer wieder reingedrückt bekommen haben. Dass es nicht, dass der Ablauf, den wir kennen aus dem MCU, nicht der ist, der in jedem Universum so genauso passieren muss. Ja. Was ich aber, und das habe ich gestern auch schon gesagt, das ist ein perfektes Thema für dumme Dinge. Das machen wir dann, glaube ich, aber erst, wenn der Film wirklich digital raus ist, in irgendwie anderthalb Monaten. Dass man da ein bisschen genau durchgucken kann. Weil es ist, da ist sehr, sehr viel, wo man sagen könnte, aber. Und das Multiversum erklärt natürlich alles. Du kannst alles mit dem Multiversum erklären. Wie gesagt, wir gehen auf rot. Das ist, du kannst simple Sachen einfach einführen. Ja. Aber es ist sehr interessant, wenn man halt sowas sagt wie, wenn du diese ganzen Elemente hast, wie ist denn Captain Carter zu der Captain Carter geworden. Mhm. Ähm. Wie ist denn die ganze Geschichte mit Thanos in 2012 beendet worden, wenn da kein Iron Man zum Beispiel jetzt gewesen ist. Mhm. Hatte, ähm, und auch andere Sachen, wie zum Beispiel, Doctor Strange hat ein blaues Cape in diesem Universum, weil rot eine schlechte Farbe ist. Mhm. Mhm. Rot ist eine böse Farbe. Weil rot ist nicht, äh, nee, warte mal, rot ist eine gute Farbe. Warum hat er ein blaues Cape? Rot ist eine gute Farbe. Ja. Eigentlich wäre rot anders. Man geht ja auf rot. Ja. Aber er hat ein blaues Cape. Und auch die anderen Farben. Also du hast es auch gesehen, dass generell so ein bisschen so eine Varianz über, alle haben Hüte getragen. Ja. Ich fand das lustig, dass niemand das erwähnt hat. Ja. Jeder Zivilist hat einen Hut auf in diesem Universum. Ja. Obwohl, du hast es irgendwann, glaube ich, schon im Film gesagt. Ja, ja. Und dann habe ich nochmal verstärkt drauf geachtet. Und es waren auch ein paar ohne Hut, glaube ich. Zivilisten auch? Ja, es waren, glaube ich, ein paar Zivilisten ohne Hut. Aber es waren enorm viele Hüte. Es waren unfassbar viele dunkle Hüte. Überall. Ja. Und natürlich Bruce Campbells Cameo. Fantastisch. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass er eine Varian von irgendwas ist, aber der Film hat halt nicht... Das war auch so... Ich habe ursprünglich erwartet, dass wir viel mehr von verschiedenen Universen sehen. Ja. Wie in What If halt. Ja. Und dass wir tatsächlich mehr sehen als in What If noch. Weil es halt danach kommt und ein bisschen tiefer reingeht. Und tatsächlich ist es genau andersrum. Wir sehen mehr von einem, zwei anderen Universen. Mhm. Wobei das andere Universum, das von Sinister Strange, gleicht sehr dem von, äh, dem Dr. Strange Supreme aus What If. Ja. Zumindest wie es zusammenfällt. Ja. Er hat es nur nicht ganz bis zum Ende gebracht, offensichtlich. Mhm. Er hat dann da aufgehört. Ich bin super gespannt, wie sie das jetzt halt weitermachen. Weil ich will gerne mehr, und nicht nur in Animationen eigentlich, mehr von verschiedenen Variationen. Weil das ist das, was mich am Multiversum immer so fasziniert hat, ist halt die Variation. Ja. Weil du halt so viel rumspielen kannst. Du kannst so viele Dinge einführen. Das gibt das so viel Blödsinn. Das ist so insane. Also das, ich fand das jetzt zum Beispiel, ja, äh, in jedem Universum, das erste, was du dir holst, ist Pizza. Und in dem Universum gibt es halt nur Bälle. Ja. Also so hab ich das jetzt verstanden. Ja. So Pizza nur als Bälle. Ja. Und es ist eigentlich in den meisten Universen kostenlos. Außer in dem. Außer in dem. 73 verschiedenen Versionen von New York gibt es keinen Spider-Man. Ja. Auch super weird. Tatsächlich super, super weird. Oder erst so undercover. Ja. Also ne, da hatten wir ja dann auch noch drüber gesprochen. Und da hattest du dann auch gesagt, dieses, dass das so plötzlich passiert, die Sachen, dann, dass die... Nein, nein, nein. Sochi... Hört zum ersten Mal das Wort Spider-Man als Dr. Strange dir das sagt. Ja. Aber sie ist ja auch nicht allwissend. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Sochi. Das ist Amerika. Sochi ist die Schauspielerin. Ja. Aber sie ist ja nicht allwissend. Ja. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also ganz ehrlich, als ob sie jetzt so ein Lexikon mit sich führt und jeden Helden, den sie trifft... Ja, aber sie kennen super viele Stranges. Ja, aber sie... Ja, und? Aber super viele Stranges müssen ja nicht Spider-Man kennen, hä? Das Ding ist, wenn sie mehrere Versionen von Strange kennen. Ja. Dann kennt sie auch mehrere Versionen von New York. Ja. Und Spider-Man ist der populärste Held in New York. Ja, aber sie ist ja nie lange da geblieben. Ja! Also ganz ehrlich, was... Was steht sie dir denn vor, was sie denn macht? Ich stelle mir vor, dass sie an einem... Sie seit so ein kleines Kind ist durch die Universen gefallen. Ich stelle mir vor, dass sie an einem Laden vorbeigeht, wo überall Lunchboxen mit Spider-Man drauf sind. Ja. Und sie sich halt denkt... Was übrigens auch. Lustiger Mann im Kostüm. Das ist übrigens eine Szene, die sie vom Trailer zum Film geändert haben. Im Trailer sagt Strange zu ihr, we'll get you back on the Lunchbox. Ja. Und in dem Film ist dann dieser Twist, dass... Also, weil du halt die ganze Zeit gesagt bekommen hast, so von wegen, hey, sie ist gar nicht böse. Sie arbeitet nicht zusammen. Sie hilft dir. Und die ganzen Shots waren auch so gedreht, dass die Sachen in Kamal-Tash so aussehen, als ob sie gegen etwas kämpft. Ja. Mit den Leuten Seite auf Seite. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass da ein paar Sachen so gemacht sind, dass das, wo sie Greenscreen eigentlich im Himmel ist, auf die andere Seite gelegt wurde. Mhm. Wo sie im Film gar nicht ist. Ja. Also, sehr, sehr gute Misdirection. Und im Film sagt er dann, erst als sie alles umgedreht hat, you can say your Lunchbox goodbye. Und in dem Moment, wo sie sagt, you can bring America to me. Mhm. Dass ich so, die Bitch. Da war mir schon klar, oh, die Bitch. Das ist halt so, er hat ihr nicht den Namen gesagt. Das wird ja auch direkt angesprochen. Ja. So, aber ich war halt so, das ist nie gut, wenn sowas passiert. Das ist nie gut. Wie er ausstehen geblieben ist. Das war so, das war einfach auch so von der ganzen Art, wie er das gespielt hat. So dieses, wait a minute. Ich finde, das heißt übrigens auch, und das finde ich sehr interessant auch, ähm, als sie dann die Illusion hebt. Mhm. Das Darkhold hat nicht nur sie korrumpiert, sondern dieses komplette Land um sie herum. Ja. Aber das wird nochmal gesagt. Das sagt der Sinister Strange nochmal. Was? Dass, ähm, dass der, ähm, als Strange dann das Darkhold von ihm haben will, da sagt er, ähm, dass nicht nur der, dass die Umgebung korrumpiert wird, sondern auch der, der das hält. Achso. Also es wird nochmal, ja, ja, es wird nochmal aufgegriffen. Stimmt, stimmt. Was ich sehr, äh, was ich sehr spannend fand, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, und das ist was, was ich auch so in das, in die Videozusammenfassung reingeschrieben hatte, weil es sehr danach aussah, und wir von den Sachen, die wir aus den Comics kennen, davon ausgegangen sind. Äh, wir haben viele Variationen von Doctor Strange gesehen, offensichtlich. Ich bin davon ausgegangen, oder wir beide vor allem sind davon ausgegangen, weil ich wusste nicht, was deine Meinung vorher war, aber wir beide sind davon ausgegangen, dass wir nicht mehrere Versionen von Wanda sehen werden, Ah, ja. Weil sie ist ja ein Nexus-Being. Tja, turns out, es gibt ganz viele Wanda Maximoffs im, äh, Multiversum, aber es gibt nur eine Amerika, Chavez im Multiversum, was sie so gesehen zum Nexus-Being macht. Ist in den Comics aber auch so. Ja. In den Comics ist Amerika aus einem Bereich zwischen den, das muss man sehen. Also beziehungsweise ist sie da ja, wir wissen ja nicht genau, was ihre Heimatwelt ist, aber... Nee, Amerika, also ja, aber Amerika Chavez ist aus dem Ort, wo auch das Book of Richanti ist. Mhm. Du kannst jetzt natürlich sagen, vielleicht ist in diesem Ort eine Art Planet irgendwo. Oder ein Garten, wo die halt herkommen ursprünglich. Ähm, das sah ja auch so ein bisschen aus wie das Paradies. Ja, ja, ja. Ähm, und ich bin gespannt, wie ihre Story weitergeht, weil offensichtlich wird ihre Story sich damit beschäftigen, dass ihre Eltern, äh, finden. Ja, ja. Ähm, und ich fände das sehr interessant, wenn, äh, der Konflikt dann... Könnte durchaus sein, dass ihre Eltern korrumpiert wurden, weil sie irgendwo in die... Sagen wir jetzt mal Dark Dimension, wenn wir auf die Postgreifen. Ja, klar. Ähm, ja. Ähm, dass es halt sowas ist. Ja. Also, ähm, das könnte noch sehr, sehr interessant werden, was da alles noch passiert. Ja. Übrigens auch sehr schön, jetzt, wo du es nochmal mit ihr angesprochen hast, wie sie dann auch in Kammeltage quasi dann, äh, endet und da dann halt irgendwie anfängt zu lernen. Was ich sehr schön finde, wo ich die ganze Zeit auch so ein bisschen mit drauf geachtet habe, sagt, du hast vor zwei, drei Wochen, ähm, Sam Raimi, Ben DiCumberbatch und Elizabeth Olsen getroffen. Und da hat Sam Raimi ja gesagt, dass, äh, Strange zu Beginn, oder auch so für die erste Hälfte, für die erste Hälfte des Films, eher so ein bisschen arroganter sein wird. In dieser typischen Dr. Strange-Art. Nicht mehr so schlimm, wie es so in den ersten Filmen mit ihm war. Da war er sehr überheblich und sehr von sich überzeugt. Und gerade am Ende des Films, wo es darum geht, die Scarlet Witch zu besiegen, fand ich es so schön, von Strange wirklich zu sehen, auch wenn er ein halber Zombie war, ähm, dass er wirklich zu ihr geht und sagt, du vertraust jetzt auf deine Kräfte, ich weiß, dass du das schaffen kannst. Und das war, ich mag Strange als Charakter sehr. Ja, und so eine Entwicklung halt zu sehen, das war sehr heartwarming. Ist übrigens, ich fand das, ich muss die ganze Zeit dran denken, ähm, wie Sam Raimi, was Sam Raimi gesagt hat und wie Elizabeth Olsen darauf reagiert hat, die ganze Zeit. Und er hat halt, äh, basically einfach gesagt, ja, er wird sehr arrogant starten, ne, muss immer die Kontrolle haben und dann wird sich das entwickeln und dann irgendwann lernt er im Laufe des Films, dass er sich auch auf andere Leute verlassen kann und dann eben die Hilfe von anderen annehmen kann und sowas und nicht immer alles selber machen muss. Ähm, und Elizabeth Olsen hat darauf reagiert, ja, du musst jetzt aufhören zu reden, du kannst nicht weiterreden, weil sonst... Ja. Und das Schöne ist, dass es gilt für beide. Mhm. Das gilt auch für Wanda. Ja. Und deswegen war sie so schockiert darüber. Weil das ist ihr Story-Arc genauso wie der von Doctor Strange. Ja, stimmt. Weil Wanda die ganze Zeit sagt, ich muss die Kontrolle haben, ich bin die Einzige, die im Multiversum das machen kann. Ich muss es... Und dann sieht sie den schreien und so und sagt, ja, ich bin eigentlich dafür gedacht, das hier alles zu regieren. Ich bin die Beste, ich bin die Stärkste, ich bin stärkter als die Sorcerer of Supreme. Mhm. Ich... Und auch, wie sie am Anfang noch so sagte, von wegen so, ja, ich bin noch, äh, ich bin noch gutmütig mit euch. Mhm. Mhm. Aber, ähm, ja, ist wohl, ist wohl besser, dass das jetzt, äh, raus ist erstmal. Weil es einfach zu, gerade was sie jetzt eingeführt haben, zu viel, viel zu mächtig ist für, für die Film-Storylines. Mhm. Was wolltest du noch? Du hast noch ganz viele Sachen in deinen Notizen stehen. Äh, ja, ich hab die sogar richtig farbig markiert. Mhm. Also, ich hab noch, ähm, ein bisschen überlegt, was ich so alles so kenne. Und wir reden immer ganz viel über House of M, aber was ist denn mit Son of M? Sagt euch das was? Nee. Das ist nämlich, ähm, quasi, in, während den Events von House of M, beziehungsweise danach, er über Quicksilver. Mhm. Mhm. Ich. Und, ganz kurz, ganz, ganz prägnante Leute, die da drin vorkommen. Spider-Man, Inhumans und Fantastic Four. Meinst du, dass es da jetzt noch einen... Probably. ...Spill-Off zu geben könnte? Also, wenigstens Hints da drauf. Also, dass sie Ralph Boner immer noch nicht so richtig weiter erklärt haben, finde ich... Das wollte ich gerade sagen. Eben. Ich war, ich war, ich war mir nicht sicher und ich war nicht überzeugt davon. Aber wenn ich so einen Wild Guess hätte machen sollen, wen ich mir ohne irgendwelche Hinweise vorstellen könnte, wen wir sehen, wäre eine Variant von Ralph Boner. Es gibt Hinweise. Gegebenenfalls als Quicksilver sogar. I don't know. Aber ich war mir so sicher, dass wir diesen Schauspieler... Also, ich war mir nicht sicher, aber ich hätte ihn mir vorstellen können. Das... Ich hab allein deswegen, weil... Also, ne Vision Variant oder ne Pietro Variant hätte ich halt erwartet irgendwie um Wanda. Mhm. Aber das war eben von dem Ausgangspunkt, dass Wanda nicht von Anfang an schon durchgeknallt ist. Genau. Ähm, durchgeknallt klingt irgendwie ein bisschen hart, aber halt traumatisiert. Ja. Manisch, wie auch immer. Korrumpiert auch. Korrumpiert. Also, korrumpiert von diesem Gedanken, dass sie das beherrschen können muss. Genau. Ich finde es sehr interessant, bevor du gleich weitermachst, ich finde es sehr interessant, das hatte ich neulich gelesen, da hab ich so ein bisschen drüber nachgedacht auch, dass der Reveal, dass er Ralph Boner ist, wurde bevor das Hex zerstört wurde gemacht. Mhm. Das heißt, es ist innerhalb der Confines von diesem Fake-Universum, wo alle falsche Namen haben. Stimmt. Ja. Das heißt, es ist immer noch nicht safe, dass er wirklich nicht Quicksilver ist aus einem anderen Universum. Und jetzt, wo wir auch in Morbius gesehen haben, dass Toomes ins andere Universum gefallen ist auch und so. Und dass es offensichtlich auch America Chavez einfach überall Löcher reinkicken kann. Es ist halt super spannend, jetzt eigentlich zu wissen, wann exakt Westview passiert ist. Ja. Weil... Wir wissen, wann Westview passiert ist. Wir wissen, dass es drei Wochen nach dem Blip passiert ist. Ja. Ah. Wann genau spielt No Way Home? No Way Home spielt ein Jahr später. Ja. Scheiße. Scheiße. Das heißt, Ralph konnte nicht durch den Spell in dieses Universum kommen. Irgendwie muss Wanda in der Zeit zwischen Westview und... Also sie hat ein Jahr lang das Darko studiert. Ja. Irgendwie muss sie in dieser Zeit auch drauf gekommen sein, America Chavez kennenzulernen. Ja, stimmt. Und davon ihr zu erfahren und zu wissen... Ja. Also das ist halt so... Uns fehlt dieser komplette Bereich dazwischen. Wie ist Amerika an den Punkt gekommen, dass sie von Dämonen gejagt wird? Mhm. Und wie ist sie überhaupt zu Defender Strange gelangt? Ja. Und das ist halt so das... Ich weiß... Ich hab das auch ehrlich gesagt nicht recherchiert. Vielleicht gibt es da auch schon was. Oder vielleicht kommt da irgendwas. Das ist angekündigt. Es gab zu Infinity War zum Beispiel gab es halt Comics, die vorher so ein bisschen Lücken gefüllt haben. Und ich hab die... Das meinte ich auch gestern. Ich hab so die Hoffnung, dass sowas auch kommt zu Defender Strange, zu dem Universum mit den Illuminati, was da alles passiert ist und so. Und die Tatsache, was du vorhin auch meintest, dass es halt in jedem Universum eine Wanda gibt und in fast jedem, oder nicht in jedem, aber es gibt halt in den allen und ganz viele mit Kindern. Mhm. Wer ist der Vater? Ja. Wie ist die Geschichte dahinter? Ja. Hat sie die gleiche Sokovia, Pietro, Age of Ultron Geschichte oder hat sie eine andere Geschichte? Weil die in Westview jetzt, in dem Illuminati-Universum, Ultron hat funktioniert. Ja. Da sind Ultron-Drohnen, die funktionieren. Ja, stimmt. Das heißt, Sokovia wurde nie zerstört. Mhm. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, gab es vorher überhaupt den Krieg? Hat sie überhaupt die Kräfte gekriegt? Gibt es Hydra in diesem... Kräfte hat sie. Kräfte hat sie. Genau, das haben wir ja gesehen. Und sie hat auch die Chaos-Kräfte. Genau. Das heißt, sie muss... Es muss Hydra gegeben haben. Ja. Und sie muss sich auch den da angeschlossen haben. Strange hat ja auch angesprochen, so, seid ihr S.H.I.E.L.D., wer seid ihr? Und sagt ja auch, seid ihr Hydra. Und da war niemand verwirrt, diesen Namen zu hören. Aber es ist halt eher... Allein die Tatsache, dass sie halt... Sie hat ihre Kräfte, sie hat ihre Geschichte. Aber irgendwie diese... Sie ist halt viel, viel ausgeglichener. Wer ist der Vater von den Kindern? Ja. Sind die auch fake? Ja. Sind die nicht fake? Ja. Sind das, wie in den Comics, dann doch die Teile von Mephistos Seele gegebenenfalls? Ja, aber das war ja dann trotzdem nicht echt. Denn... Ja, ja, das war trotzdem... Die echten Kinder in den Comics sind Kinder von jemand anderem. Ja. Die sich dann reinnimmt und sagt... Ja. 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 Ja, nice mom. Und dann ist das einfach so, dass das ihre Kinder sind. Aber die sind nicht wirklich ihre Kinder. Ich bin gespannt... Also... Ich würde davon ausgehen, dass es erklärt wird. Ich bin gespannt, ob es wirklich erklärt wird. Weil... Zu 100 Prozent... Also ich würde meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber es ist eigentlich schon ein großes Plothole. Weil wir ja eigentlich ja in WandaVision gelernt haben, dass es fake ist. Also... Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu sagen... Ja, weil Multiversum. Mhm. Ähm... In dieser Geschichte sind sehr viele Dinge, die einfach halt hingestellt werden. Wo du halt einfach dran gewöhnt wirst und gesagt hast... Es ist das Multiversum. Ja. Deswegen ist das so. Denk nicht zu sehr viel darüber nach. Das ist wichtig für die Geschichte jetzt. Mhm. Ende des Jahres kommt ja so ne... So ne... So ne Serie raus, ne? Secret Invasion. Mhm. Mhm. Das ist es ja. Mhm. Okay, ja. Still. Ähm... Ganz großer Teil davon sind die Inhumans und Fantastic Four. Mhm. Wollte ich nur noch mal sagen. Deswegen ist es für mich sehr, sehr logisch, dass sie Blackball mit reinnehmen. Mhm. Ähm... Und das wird jetzt auch immer weiter reingehämmert. Das war auch irgendwann notwendig, das zu sagen. Natürlich. Und das nicht immer 19, 9, 9, 9, 9, 9. Ja. Nein, 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 nein. Ich finde es fair, dass sie halt auch wirklich sagen, es ist das MCU 616. Das ist jetzt nicht das Comic 616, aber... Ja, ja. Das ist mal ein bisschen verwirrend. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Sache. In den eigentlichen Illuminati ist ja Namor mit drin. Mhm. Und du hattest, beziehungsweise die Theorie habe ich auch, ähm, dass die Namor nicht mit reingenommen haben, weil der in Wakanda Forever potenziell vorkommen könnte. Ja. Weil er mit Atlantis dann im Weltraum... Ja. Ich denke, das wird das passieren, das wird sein. Black Panther ist weg. Und sie haben wahrscheinlich dann auch abgewogen, was... Wen packen wir in die Illuminati? Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall Professor Xavier, weil er ist so ein wichtiger Punkt davon. Wir brauchen einen Doctor Strange, der ist halt tot. Ja. Ähm. Wir brauchen einen Reed Richards. Und wir brauchen einen Reed Richards auf jeden Fall. Und die anderen haben sie halt dann so, äh, und Blackboard haben sie mit reingenommen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen eine Captain Marvel mit rein. Mhm. Aber wir machen das Maria, was ich übrigens fantastisch finde. Ja. Ja, finde ich auch. Ähm. Weil das auch so... Das ist halt so logisch. Es ist so logisch, dass es halt einfach nur so ein Ding ist, ähm, weil sie das sogar im Film sagt, ähm, Carol war einfach ein bisschen mehr eager, diesen Testflug zu machen als Maria. Und Maria wollte lieber weiterschlafen und deswegen hat es Carol gemacht. Ja. Sonst hätte Maria den Flug gemacht. Ja. Und es einfach zu wissen, im Hintergrund... Und fast ist das... Das ist halt auch so, einerseits will ich das sehen, ich will eine Serie oder eine Folge bei What If oder ein Comic oder irgendwas sehen, wo diese alternativen Ereignisse stattfinden. Ja. Und wo alles nachvollziehen kann. Gleichzeitig hast du aber das generell sofort im Kopf. Du siehst sofort, wie es halt nicht Carol ist, die da steht, die von diesem Blas erwischt wird, sondern es ist Maria, wie sie dann mit Yon Rock kämpft und die ganze Geschichte drumherum. Ähm, dass es halt eine andere Person ist. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir haben Captain Carter, ähm, als eine Figur, die definitiv sehr populär sein wird. Ja. Also machen wir jetzt auch... Die alle ausgerasset sind. Ja. Also ich meine, ich auch. Sieht fucking awesome aus in diesem Anzug, ne? Aber es war gut. Ich finde es ein bisschen... Also Mordo ist ja quasi anstelle von Doctor Strange da drin. Von daher passt das auch. Aber Mordo ist halt so ein... Karl Mordo ist auch in den Comics kein so wichtiger Charakter. Ja, ja. Das ist halt auch eine meiner Lieblingsszenen, wo der Strange aus dem Illuminati-Universum von Black Bolt einfach getötet wird. Ja. Und das ist einfach... Das hat mein Herz so gebrochen, das war so schlimm. Mark my words, ich bin mir relativ sicher, dass es einfach... Also auch wenn natürlich jetzt das wieder bei den Leuten in Erinnerung gerufen wird, potenziell durch den Film, ich bin mir relativ sicher, dass Mordos Arc im MCU 616 einfach... Der ist weg. Mhm. Der wird einfach nicht mehr angesprochen. Die haben das jetzt eigentlich schon geklärt. Die haben jetzt immer gesagt, er wurde mein Erzfeind und will mich konstant töten. Genau. Offscreen. Wir haben es nie gesehen. Ja. Also wir haben gestern darüber gesprochen, dass es vielleicht auch einfach wirklich so ist, dass Mordo eigentlich die ganze Zeit irgendwo ist und dann will er Strange töten und dann geht er da so hin und denkt so, haha, bei dieser Hochzeit, da kriege ich ihn. Und dann kommt das Zentakelmonster und dann sagt er... Schein. Morgen. Morgen. Morgen auf jeden Fall. Morgen. Wir hatten ja kurz auch darüber geredet, wie es potenziell weitergehen könnte, halt nicht nur mit Wakanda for Era und so. Darf ich dann kurz reingritschen, bevor wir darüber reden, wie es weitergeht? Ja. Weil vielleicht hast du nämlich zu dem Punkt auch noch was zu sagen, was ich nämlich sehr cool finde. Also natürlich ist es schön zu sehen. Wir wissen, dass die Fantastic Four kommen, das wussten wir schon lange. Es ist schön zu sehen, dass jetzt die Charles Xavier und damit eigentlich die X-Men halt acknowledged worden. Das fand ich alles schön und gut. Aber was mich persönlich ganz doll gefreut hat, seit WandaVision reden wir über Mephisto. Offensichtlich. So. Der kommt immer wieder vor und man schafft es immer. Das ist ja auch so ein Meme, dass man es irgendwie immer schafft, den irgendwo reinzubringen. Aber wir haben jetzt wirklich, eigentlich ja schon mit dem Darkhold, aber dadurch, dass es das MCU ist, die immer Sachen ein bisschen anders erzählen, hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen das Bedenken. Vielleicht erklären sie das mit dem Darkhold ein bisschen anders. Aber wir haben jetzt endlich bestätigt, namentlich genannt von Morgan, dass der Ur-Dämon oder einer der Ur-Dämonen Chiton. Der erste Dämon Chiton. Der erste Dämon. Dass der erste Dämon Chiton dafür verantwortlich war, das Darkhold zu schreiben quasi. Und auch sehr comic-akkurat. Sehr comic-akkurat. In den Comics ist es so, dass er es erst in Fleisch, dann in Stein, dann auf den Griff rollt und dann als Darkhold. Genau. Genau. Und das ist jetzt halt, das finde ich okay, dass man das ein bisschen shortet und dann sagt, er hat es in Stein gemeißelt und dann wird es in Starkhold übertragen, vermutlich. Ja. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön, weil das, es ermöglicht einfach viele weitere Theorien und egal, ob die jetzt richtig oder falsch sind, bin ich gespannt, wie halt dieser mystische Zweig jetzt halt auch weiter explort wird. Und die Dämonen, die kleinen, die Geister, die Schwarzen, sind ein sehr guter Indiz und ich schätze, die sehen wir definitiv in House of Harkness noch ein paar Mal. Ja. Ja. Und es ist nicht nur dafür, für alles, für Mephisto und House of Harkness ein Indikator, sondern auch für Ghost Rider. Ja, genau. Ghost Rider. Das haben wir gestern schon. Ich glaube so die erste Statue, als sie in diesem Tempel, Thron, wie auch immer, wie man das jetzt nennen mag, wo wir in den Hark angekommen sind. Da waren mehrere Statuen. Ja. Und eine davon. Einer hatte so ziemlich, so ein Ritter. Ja. Ja. So ein mittelalter Ghost Rider. Ja, genau, genau. Also ich, vielleicht interpretiert man da auch. Der hatte so eine Rüstung an. Und ich war halt so, okay, vielleicht interpretiere ich so viel rein. Aber es ist so das, was mich halt zum allerersten Mal etwas an Ghost Rider im MCU erinnert hat. Und das ist ja das, was wir schon mehrmals gesagt haben, was ich mir halt super gut vorstellen könnte und was du ja auch gerade meinst mit dem Verkürzen. Mhm. Es ist halt, in den Comics haben, diese Sachen haben sich halt alle nacheinander entwickelt. Und dann sind hier was reingekommen und da was reingekommen und hier ein neuer Dämon und hier ein neuer Böseweg. Und es ist deshalb fürs MCU jetzt nicht unlogisch und auch nicht unüblich, einfach Sachen komplett zusammenzuschmeißen. Ja. Und zu sagen, dass sowas wie der erste Dämon. Mhm. Du könntest einfach etablieren, dass Chiton Zweitname Mephisto ist. Ja. Oder dass halt Chiton das gemacht hat, was Mephisto in den Comics. Genau. Weil das halt einfach eine viel... Das ist jetzt wie Thanos, der zum ersten Mal erwähnt wurde in Avengers. Ja. So. Und jetzt hast du halt einfach nur Name-Drop Chiton, der erste Dämon, der jetzt Darkhold erschaffen hat. Mhm. Und du weißt halt schon, oioioi, der hat das Darkhold erschaffen, der hat die Zaubersprüche aber selber erfunden. Und die gehen ja immer noch. Mhm. Und er weiß, wie die gehen. So. Das heißt, das Darkhold ist nicht zu 100% vom Tisch. Es ist halt nur nicht mehr zugänglich für alle Leute, die nicht Chiton sind. Ja. Aber es wird ja auch einfach so gesagt, ja, ja, der war halt da und dann hat er das gemacht und dann war halt Ende. Weil es muss ja was mit dem passiert sein. Wo ist denn der? Ja, ja. Und das ist halt so, wir dachten das ja schon beim Dweller in the Dark, bei Shang-Chi, dass da vielleicht auch Chiton oder Mephisto dahinter stecken könnte. Mhm. Und der Dweller in the Dark ist ja auch ein Ur-Dämon. Ja. Ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin super, ich glaube, dass wir ganz, ganz viel davon in House of Hagnas lernen werden. Ja. Weil House of Hagnas sich definitiv im 16. Jahrhundert abspielen wird. Und das ist übrigens so eine coole Sache, weil wir hatten noch kein Period-Age-MCU-Ding. Ja. Wir kennen das MCU eigentlich nur von 1945 nach vorne. Stimmt. Und ich hoffe, dass es so ist. Ich hoffe, dass House of Hagnas nicht sich in Rescue abspielt, wo Agatha irgendwie versucht, aus ihrem Dings auszubrechen. Sondern ich hoffe, dass sie... Oder vielleicht ist es so, dass sie da drin ist und versucht auszubrechen und hat die ganze Zeit Flashbacks. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also, das wäre optimal. Ja, das wäre cool. Ähm, was ich aber noch zu dem, zu diesem Tempel-Thron-Ding. Mhm. Da gibt's noch eine Statue. Mhm. Und zwar von Billy. Ja, da sind links und links sind die Kinder, ja. Stimmt. Du siehst Tommy nicht richtig. Nee, aber du siehst, dass da auch eine Ausbauung ist, ja. Aber du siehst Billy im Fokus. Und sie fässt diese Statue an. Mhm. Und das ist mir gestern beim Einschlafen eingefallen, weil wir drüber überlegt haben wegen den Young Avengers und den New Avengers, wie das jetzt, ob da noch jetzt irgendwas kommen könnte. Und dann waren wir so, ah nee, aber wir haben ja Billy nicht. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, sie hat sehr prägnant. Diese Statue, nur diese Statue berührt. Ja. Und das ist für mich schon so ein Hin in die Richtung. Also es würde mich nicht wundern, weil's ja in den Comics auch so ist, dass halt einfach Billy und Tommy existieren. Und äh, actually ein guter Punkt, weil wir nicht wissen, wer der Vater ist, kannst du einfach in den anderen Universen, dass sie die adoptiert hat und das sind einfach adoptiv Kinder. Ja, stimmt. Und die haben halt Kräfte, die ihren ähnlich sind. Ja. ne? Der eine ist halt ein Speedster und der andere ist eine Hexe. oder ein Hexer. Ja. Ähm. Und es ist natürlich jetzt, äh, einfach die Möglichkeit, dass er die Kinder adoptiert hat und sie einfach in unserem Universum nie darüber nachgedacht hat, zu gucken, ob es Lebewesen gibt, die so sind wie diese Kinder. Ja. Äh, und weil wir ja nicht wissen, also weil wir bisher ja noch nichts von Mutanten wissen. So, bisher ist es ja so, dass die Kräfte, Superkräfte im MCU sind tatsächlich recht selten. Ja. Äh, die meisten Sachen sind anders erklärt. Die Eternals sind das beste Beispiel. Die Eternals sind einfach Androiden. Ja. Das sind, die haben keine Kräfte. Ja. Die haben, die haben... Sind verschiedenen. Einstellungen, Fähigkeiten. Ähm, du hast halt irgendwelche, äh, äh, super krassen Götterwesen, die aber halt Götter sind. Ja. Und damit erzählen auch die Celestions rein, die halt Götter sind. Ja. Oder Konshu und Co. Ähm, und die Leute, die Superkräfte haben, sind halt Leute wie Hulk. Ja. Der das durch ein Serum, durch Medizin bekommen hat. Der ist quasi auf Super Anabolika. Captain America, Super Anabolika, alle anderen... Spider-Man theoretisch auch. Spider-Man auch Super Anabolika. Ja. Ähm. Strange nicht. Strange nicht, aber Strange ist Magie. Ja. Ist Zauberei, ist keine Superkraft. Ja. Der Devil auch, wegen der Chemikalien. Der Devil, Chemikalie. Ja. Äh, dann, äh, 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 wen haben wir noch mit Superkräften? Hawkeye kann einfach sehr gut schießen. Ja. Iron Man hat da sehr viel Geld. Iron Man hat Geld. Ja. Und ne reiche Familie. Ja. Der American Dream. Deine Eltern sind reich, also schaffst du's auch. Winter Soldier ist auch ein Super Soldier. Ja. Ähm, Captain Marvel. The Devil ist die einzige, die wirklich klassische Superkräfte hat. Weil die hat kein Serum vorher genommen, die wurde einfach verstrahlend als Superkräfte bekommen. So. Und die wurde aber auch von nem Stone. Äh, von nem, von nem, von nem, von dem Space Stone eigentlich beeinflusst. Ja. Aber halt wirklich Mutanten-like Superkräfte. Ist nur, nur Quicksilver und Warner. Ja. Ja. Wie kriegen sie ihre Griff? Jane Foster ist jetzt halt so, dass irgendwie funktioniert das. Aber das ist halt wahrscheinlich genau wie bei Cap. Ja. Das ist halt das klassische. Sie ist würdig. Ja. Die Frage ist, wie setzt sie den wieder zusammen und so. Aber ja, vielleicht findet sie nur den Griff. Mhm. Und fässt den an. Und dann flup. Okay. Und jedes Mal, wenn sie den Hammer loslässt, zerfällt er wieder. Ganz ehrlich? Das fände ich großartig. Ich glaube, so in der Art wird das passieren. Das wär so okay. Also meine Theorie, nur, da jetzt Torlaufen Thunder. Meine Theorie dazu ist tatsächlich, dazu mache ich auch nochmal ein Video, dass sie mit ihren Geräten monitort. Das ist halt 2017, als das passiert, oder 2018, dass sie diese Explosion, diese Zerstörung in Norwegen feststellt und dann dahin reißt und dann die Bruchstücke von Mjölnir findet und anfängt mit denen zu experimentieren. Aber weil das zerbrochen ist, kriegt sie die ganze Zeit harte Strahlung davon an und merkt es nicht. Mhm. Und kriegt halt dadurch Krebs. Und während sie damit aber arbeitet, macht sie halt so ein paar verschiedene Sachen und dann irgendwann hat sie halt einen Durchbruch. Mhm. Wird würdig auf irgendeine Art und Weise dadurch fest ein Stück davon an und dann formiert sich das. Ja. Das wär so geil. Weil in den Comics hebt sie den einfach nur auf. Ja, ja. In den Comics ist es einfach so, Tor darf ich nicht mehr aufheben. Oi. Ja, ja, ja. Ja, ja. Anyway. Woody Wars of Madness. Mhm. Ähm. Es kann sehr viel passieren. Wir machen auf jeden Fall noch eine Fantheorie. Mindestens eine dazu. Es gibt noch einiges zu erzählen. Wir haben überhaupt nicht über die Postkredit-Szenen geredet. Das wollte ich gerade sagen. Wir sind weit über der Zeit, über die wir reden wollten. Ja. Doppel zu viel. Aber. Lass uns noch kurz über die Postkredit-Szenen reden. Ähm. Über die erste. Ja, die zweite. Die zweite ist. It's over! Äh. Ja. Aber auch schön mal wieder sowas zu haben. Natürlich hofft man immer, also ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, weil man hofft natürlich immer, dass du halt einerseits eine Sache zu der Fortsetzung des aktuellen Films bekommst. Ja. Und dann irgendwas, was mit allem zusammenhängt. Ja. Und das haben wir jetzt halt nur in der ersten Postkredit-Szenen gehabt. Ich finde auch, die erste Postkredit-Szenen ist halt, wenn du nicht weißt, wie sie ist. Ja. Super, super schwer. Ihr Name wird auch nicht genannt, glaube ich. Also vorher, aber nicht da. Nee, sie ist wirklich nicht. Das ist Clea. Das ist Clea Strange. Und in den Comics ist das ein bisschen schwieriger. Da heißt sie Strange, weil sie die Frau von Strange ist. Weil er sie aus der Dark Dimension Reck hat. Genau. Und dann heiraten die und sowas. Ähm. Aber es würde natürlich jetzt für den ganzen Kontext auch dieses Films Sinn machen, wenn sie die Schwester ist und dadurch eine sozusagen Variant von Doctor Strange ist. Ja. Weil sie halt den gleichen Pfad gegangen ist wie er, nur dass es halt die Schwester ist. Und Strange, Steven ist gestorben in dem Teich. Genau. Äh, aber offensichtlich ist sie die aus der Dark Dimension, denn sie hat eine Klinge, mit der sie die Fabric of Time and Reality einfach durchschnippeln kann. Äh, und dann in die Dark Dimension springt. Das war schon ein bisschen cool. Dark Dimension ist auch ein eigenes Universum. Ja. Ähm. Weil Doctor Strange mit dem Zauber in No Way Home dafür gesorgt hat, dass Universen ineinander kollidieren werden. Achso, ja, deswegen macht sie das. Genau. Sie sagt, du hast für eine Incursion gesorgt. Ja. Man würde jetzt, man würde jetzt denken, dass das jetzt mit den Sachen, die in Multiverse of Madness passiert sind zusammenhängt. Aber es fängt ja viel früher an. Und das, das Interessante ist, und das wissen wir nur durch die Postkreditin von Morbius. Ja. Weil das Ding, wir dachten ja am Ende von No Way Home, ja gut, das Problem ist jetzt gelöst. Ja. Und auch in Multiverse of Madness wird nicht einmal angesprochen, dass er irgendwas instabil gemacht hat. Ja. Das wird im Trailer so suggeriert, dass das der Grund ist für den Film. Aber das ist es überhaupt. Also es wird halt, es wird halt so, ich glaube es wird einmal ganz kurz gesagt, ja da in New York, da haben wir was gemacht und die alle zurückgeschickt. Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Es wird nicht gesagt, oh, aber es hat nicht geklappt. Genau. Und das wird auch nie wieder angefangen. Und die Illuminati sagen. Und er weiß es ja offensichtlich. Die Illuminati sagen halt nur, dass du mit dem Mädchen hierher gekommen bist, das darf nicht sein. Genau. Weil das könnte eine Incursion, weil ihr habt hier nichts verloren. Genau. So. Und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, keiner von denen ist aus einem anderen Universum, weil deren ganzer Punkt ist, niemanden aus einem anderen Universum da hinzulassen, weil sonst Incursions entstehen. Weil ihr Strange eben versehentlich eine Incursion gemacht hat und ein anderes Universum zerstört hat. Was scheinbar auch ein Muster bei Dr. Strangels ist, weil wir jetzt inzwischen drei Stück davon kennen, die das gemacht haben. Ja. Ähm, ja. Beziehungsweise beim dritten quasi ist noch nichts kaputt gegangen. Ne, wir kennen drei Stück. Warte, wir haben den aus What is. Wir kennen den aus dem Universum, wo man bei Rot läuft. Wir kennen den aus What is und wir kennen den aus Sinister Strange. Es sind drei. Oh, ja, stimmt. Hoppla. Ja, true. Dann haben wir jetzt aber noch, dann haben wir mit unserem Strange einen vierten, der hat sie verursacht, aber sie ist noch nicht so weit, dass alles kaputt geht. Genau. Und wahrscheinlich ist dann der Punkt von Dr. Strange 3, wo wir die Spider-Man nochmal wieder sehen. Ja. Ja. Weil offensichtlich das Universum ein Teil davon ist das Problem. Ja. Und dann sind wir Vulture auch wieder. Ja, klar. Und so weiter und so fort. Ja. Weil wir haben, im MCU haben wir einen Blob von Venom, der noch da ist. Ja, Venom ist ja auch. Ja, der wäre Andy Brock ist zwar weg, aber Venom ist noch da. Und in Sonys Dingenspiration ist Vulture, der warum auch immer seinen Suit hat. Ich habe dir das gesagt. Agent Venom. Flash Thompson. Ja. Aber das Ding ist, Flash Thompson im MCU passt überhaupt nicht zu diesem Story-Teil. Ich weiß, aber... Also nur für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Flash, der jetzt hier von Tony Rivoli, ich weiß nicht, wie sein Nachnamen ausgesprochen wird, gerade, der von dem gesprochen hat, der immer so ein bisschen lächerlich, der kleine Eltern ihn nicht lieben, aber er hat sehr viel Geld. Ja. In den Comics ist der ein richtiger Brute und riesiger Spider-Man-Fan und wird dann irgendwann mit dem Venom-Symbionten verknüpft und kann ihn quasi kontrollieren. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, dass S.H.I.E.L.D. ein Agent Venom-Programm hat und dass S.H.I.E.L.D. Agents quasi mit Venom infiziert werden. Aber die können ihn trotzdem kontrollieren als Anzug, oder nicht? Das ist doch der Punkt von Agent Venom, dass Venom kein Bewusstsein hat. Genau. Und das wird für Veteranen eingesetzt. Ja, genau, weil Flash Thompson dann querschnittsgeliebt ist und kann nur dadurch wieder laufen. Ja. Ja, aber der Schauspieler passt halt nicht dazu. Das ist so ein bisschen, dass Ned Leeds definitiv nicht zum Hauptgoblin wird. Ja. In diesem Universum. Sondern zu einem Sorcerer vielleicht. Ja, aber deswegen meinte ich ja trotzdem, nur weil Flash Thompson, der Flash Thompson, das definitiv nicht sein wird, heißt das nicht, dass die Möglichkeit nicht besteht. Also durch dieses Venom-Ding, ja. Ich bin generell gespannt, wie sie das halt weiterklären. Ob sie jetzt halt einfach sagen, ja. Also wir haben ja auch damals erfahren, dass die Klintar in mehreren Universen existieren. Ja. Aber ein multiversales Bewusstsein haben, dass es auf jeden Fall mehrere Venoms gibt, weil Tobey Maguire das Universum ja dazu gezählt wird. Das heißt, es gab auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass es zwei Venoms gibt. Ja. Also es ist nicht so, dass es halt die verteilt irgendwie gibt und es gibt immer nur einen von denen irgendwo. Ja. Es ist interessant. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt einfach weiterentwickelt. Ja. Mit dem Multiversum. Ja. Die Multiverse-Saga ist noch lange, lange nicht vorbei. Und wir haben es gestern schon, Dr. Strange 3 wird nicht vor 2025 kommen. Ja, also wir haben auf jeden Fall noch jede Menge vor uns, aber jetzt kommen wir mal zum Schluss. Ja. Ich fand den Film wirklich, wirklich sehr gut. Ja. Ich muss trotzdem sagen, was heißt trotzdem, er ist anders als, das Erlebnis war anders als das in Spider-Man. Ja. Und ich würde sagen, dass ich immer noch Spider-Man noch bevorzugen würde als Event, aber Dr. Strange als Glimpse in das Multiversum ist so frisch und so neu und so schön. Ja. Wirklich diesen Kontakt auch von MCU und dem Multiversum zu sehen. Weil das haben wir in What If ja nicht gesehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es sehr schön. Das ist so mein Schlusssatz, glaube ich, dazu, weil wir haben die ganze Zeit so ein bisschen Angst gehabt. Oh, der geht nur knapp über zwei Stunden. Ist das nicht viel zu wenig Zeit für den Film? Fällt nicht super viel hinten rüber? Aber ich finde das total toll, dass sie zusammengerechnet vielleicht zehn Minuten von Fanservice haben mit den Illuminati und das wird sofort abgefrühstückt. Und ansonsten hat der Film für mich eine perfekte Länge. Der ist keine Minute zu lang oder zu kurz. Das ist auch so, das hatten wir auch gestern auch, Spider-Man ist eine Stunde länger. Ja. Aber wenn der Film noch eine Stunde mehr gehabt hätte, wüsste ich nicht, was da hätte passiert. Nee, das wäre dann einfach künstlich gestreckt gewesen. Das hätte sich nicht gut angefühlt, glaube ich. Das stimmt, ja. Würde ich mitgehen. Ich mag den Film ganz toll. Ja. Und ich mag die Illuminati da auch ganz toll. Also ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass wir nochmal in irgendeiner Form was von den Illuminati hören. Es gibt keine Avengers. Ja. Und er hat ja jetzt schon das Problem, dass er gesagt hat, ja, wen soll ich denn fragen? Ja. Den Bogenbernd? Ja. Die fünf verschiedenen Leute, die nach Insekten bedankt werden? Was soll ich denn machen? Ja. Also ich kann doch... Die bringen mir doch alle nix. Er, unser Dr. Strange, muss jetzt endlich Uwato kennenlernen. Ja. Ich glaube, das dauert auch nicht lange. So wie die uns auch gebatet haben mit dem scheiß Living Tribunal in China, ne? Ja! Das ist nicht mal für... Ich habe das im Film nicht mal wahrgenommen. Nee! Ich habe ein Auge gesehen, glaube ich, kurz. Ja. Aber ich habe das nicht mal wahrgenommen. Im Trailer ist es viel sichtbarer als im Film. Ja. Ja. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Strange die Illuminati gründet und du dann wirklich einen Illuminati-Film hast. Ja. Spätestens, wenn die X-Men und die Fantastic Four eingeführt wurden. Ja. Ja, ja. Weil dann hast du schon die Hälfte von den Leuten. Ja. Bis dahin dauert das auf jeden Fall. Ja. Und dann... Und dann den jungen Charles Xavier. Bring me the Scotsman! Und wenn sie dann noch die Inhumans doch irgendwie wieder reinfädeln, ergibt nämlich die Szene, wo Blackboard Strange anguckt und dann einfach so kurz schmunzelt auch Sinn. Ja. Also dann hast du nochmal mehr diese Connection. Nicht nur wie... Also du kannst auch jetzt sagen, in dem Fall, das hast du übrigens ganz oft in dem Film gehabt, das möchte ich auch noch als allerletztes sagen, ganz oft hast du in dem Film gehabt, dass du Referenzen hattest auf nicht nur Foreshadowings, die passieren könnten, sondern eben auch so Geschichten, dieses Are You Happy, was immer wieder da ist. Ja. Und dann so verschiedene Elemente, das mit der Hochzeit, dass der Sinister Strange auch auf der Hochzeit war. Das heißt, Sinister Strange ist sogar nach diesen Ereignissen in seinem Universum. Äh. Obwohl American Charles da halt nicht gelandet ist, aber ja. Die Uhr. Die Uhr. Die Geschichte mit der Uhr. Genau. Dass er die am Ende dann repariert, weil er das hinter sich lässt, das Ganze. Also du hast sehr viel Subtext drin, der sehr viel bedeutet. Ähm. Und ja, wie Strange da am Boden kniet, äh, äh, auf Titan und quasi zerstört wird, ist halt die gleiche, die gleiche Position, die gleiche Sitzposition, wie Tony Stark, äh, im Avengers, äh, Dings sitzt und sowas. Also du hast halt so viele Möglichkeiten, ähm, da noch irgendwie ne, ne, ne Verbindung zwischen den verschiedenen Szenen zu finden in diesem Film. Und ich glaub auch beim, beim fünften, sechsten gucken ist es halt, das ist halt, die Easter Eggs sind nicht Sachen im Hintergrund, sie sind halt Connections zwischen verschiedenen Szenen, die du erst verstehst, wenn du es dir nochmal überdenkst und überdenkst und überdenkst. Das find ich sehr, sehr cool. Ja. Also der Film ist einfach mal was ganz anderes. Ja, ja, ja. Ähm. Und ich freu mich auf Thor 4. Ja. Aber das war jetzt ein, ich mag das, dass das jetzt ein Erlebnis war, was mal anders war. Ja. Ja. Ich hab's gestern schon gesagt, ich freu mich auf Thor 4, ich freu mich auf alle Filme, die noch kommen, die wir, die wir angekündigt haben. Ich habe aktuell aber bei keinem Film davon dieselbe Vorfreude und denselben Hype, wie ich es für No Way Home und Multiverse of Madness hatte. Same. Ich hab's tatsächlich für Fantastic Four und für potenziellen X-Men Filme. Ich hab's für Ant-Man ein bisschen. Ant-Man. Quantumania könnte auch richtig krass werden, ja. Ant-Man hab ich auch ein ganz kleines bisschen, ja. Aber wir wissen zu wenig über Quantumania. Wir wissen ja nur, da spielen wir Kang mit und Cassie Lang wurde neu besetzt. Also das wird spätestens... Wirklich? Ja. Wobei... Das wird... Das wird spätestens... Also bei Quantumania wird mein Hype spätestens da sein, sobald wir Loki 2 gesehen haben und der erste Trailer gedroppt ist. Stimmt, Loki. Loki 2 ist glaube ich das, worauf ich mich gerade am meisten freue, wenn du das sagst. Wir standen nach dem Kino, standen wir noch da und ich hab ganz lange überlegt und die beiden haben so geredet und irgendwann hab ich nur so gemacht und gesagt, Loki. Ja, Loki ist auch noch ein ganz großer Punkt in dieser ganzen Gleichung, von dem wir noch gar nichts wissen. Aber naja. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt uns natürlich eure Meinung zum Film in die Kommentare. Schreibt, was eure Lieblingsszenen sind, eure Fan-Theorien. Von uns kommen natürlich auch noch Fan-Theorien. Ansonsten, ja, abonniert den Kanal, guckt noch mehr Videos. Hier ist nochmal die... Ich weiß nicht, die spoilerfreie Video bringt euch jetzt gar nichts mehr. Wer jetzt noch dran ist, es gibt coolen Multiverse-Merch. Multiverse-Merch, stimmt. Das soll man vergessen zu bewerben, holt euch unser Merch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin... Mein Rollstuhl fährt nicht los. Scheiße. Bitte nicht genickbrechen. Ich weiß nicht. Weißt du, dem Querschnittsgelähmten das Genickbrechen ist halt auch... Das ist nicht egal. Das ist nicht egal.